So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge. Sofuck, das ist Digger Truth. Hätte ich halt auch da oben lang kinkern, ja. Und das hätte sich auch anschießen können. So, er ist alle getroffen. Ja, okay. Ich kenne natürlich die umständliche Methode machen, oder die ich. Kubacki! Wenn ich nur mein Pfeife hatte, hätte ich diesen roten Tanz für ihn gemacht. Die Ratten sind ja nicht das Problem. Das muss man echt sagen, die Ratten sind wirklich kein Problem. Okay, ich zeig den Angriff nochmal richtig. Nein, nicht den Angriff. Ich zeig den Angriff nochmal richtig. Es ist ziemlich schwierig, das einzuschätzen, was jetzt oben ist, was unten ist, etc. Es ist nicht gerade einfach, dieses Zubatast zu machen. Ich bin Level 11, ey. Das heißt, ich kann mir die neue Waffe ausrüsten. Ich weiß, wir haben einen Metaclouden. Ah, das ist die ganze Zeit nur ausrüsten. Wie kann das jetzt so was? Das sieht so dumm aus. Können wir mal Feuerschaden. Weil Feuerschaden läuft bis jetzt am besten. Ich habe eine neue Nachricht von Kyle. Duell zwischen Token und Stan im Elfenwald heute Nachmittag. Schaut euch an, wie wir Weltlover kämpfen. Dere Leute, ich habe es nicht. Ich habe einen Zahnarzt. Zahnarzt kann sich nicht immer retten, Token. Das stimmt. Ich habe eine Kommanden an Shopsch bekommen. Wer wird den Schaden dem Tod zu 1000 Schnitte bewirkt? Eigentlich würde ich das gerne hoch machen. Getroffene Feinde leiten. Verringern das Angriff. Verringern der MP-Kosten für diese Fähigkeit. Jeder Antreffer steht eher einige ATP wieder her. Ich mache das lieber hoch. Dann ist das besser. So, ich habe es schon gesehen. Das kann man abschießen. Ich habe es schon gesehen. Ich bin mit einer Nachricht. Das ist eine Nachricht! Ich habe es schon gesehen. Ich habe es uns gegen die Abwechslung gefallen. Ich werde es öffnen, bitte! Ich werde es ein Schaden in die Abwechslung! Ich werde jetzt noch keine Abwechslung gefallen. Ich bin ein Schönen Tag an der Zeit, um zu verabschieden. Wir wussten nicht, dass wir die Schule verabschiedet haben. Wir hörten ein Geräusch von hier. Wir finden dieses Green Goo. Es war überall. Es verändert die anderen Monitoren. Na ja, es hilft dir recht zu sein, dass du ein Patsy-Hallway-Monitor in der Presse. Was ist in der Goo? Es... Es... Ein Schönen Tag an der Zeit! Ein Schönen Tag an der Zeit! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Ahhhh, das ist nicht schön. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Sagt etwas in viel Zeigenden, Gute Nacht! Sagt de Nacht! Gute 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 Nacht! Dann gucken wir ganz rein. Ahm! Ich war eben mit atenção. Und das war 6, was ihr habt gerade gesagt. Das ist das Schlimmste, deswegen kümmern wir uns erstmal um Wien. Da ist einfach noch ein Sto ... Sto ... Sto ... Sto ... Sto ... Ist das an Scheiß? Set ihn dann, und knack ihn zusammen! Da gut. Goodbye, Jimmy! Mein Only Band! Ah ja, man, das ist ein Schild, Alter. Brenn! Viel Leben haben sie nicht gerade, kann das sein? Mein Gott! Okay. Ein heiliger Hammer. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Okay, wunderschön. Ein heiliger Hammer macht nicht viel. Macht heiligen Schaden, vermindert die Abwehr des Ziels. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Das sieht doch aus wie so eine Tasche, oder nicht? Ja, ziehst du an. Wo ist das doch? Okay, ich gehe nochmal kurz hier hoch. Gucken wir mal. Ja. Oh, ja? Ja. Ja, jetzt mal kurz, zufen. Ja, ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz hier nach rein. Ich gehe mal kurz aber nicht. Also, ich gehe mal kurz vor, bei mir da kommen. Also, das geht im Wohnen ab. Ich gehe mal kurz vor. Ich gehe mal kurz vor. Un notification. Du bist willst nicht mehr von mir. Kann ich jetzt mal einschlaufen kriegen? Ein Bard ist die beste Wahl für jede Situation, außer für diese. Ach! Jawohl! Schönen Tag! Oh, das ist ein Gister, habe ich gesehen. Die ganze Schule ist voll mit diesem grünen Schleim hier, nice! Der erste Mal wäre beteiligt, Tupula. Okay. W-what the heck is up with those guys? 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 Ah, das ist schön Jetzt wiederholt schnell S wenn Jimmy Stochen beginnt Ach, der Simon geht irgendwie wieder Ich hab grad gesehen Hey Jimmy ist eigentlich voll OP Ich meine ich geb die ganze Zeit immer wieder TP dazu Habe ich ehrlich gesagt nicht dagegen Gut, dann haben wir das auch erledigt Was dafür irgendetwas müsste ich hier umgekommen Was ist das? Wenn du hörst, ich weiß, dass du dich trinkst Aber ich forgive mich Join mir wieder, und zusammen wir werden die Lande als Master und Slave ein kleines medaille ok bis jetzt komme ich ja ganz gut durch will ich eine leiche drin ok es ist ein kleines medaille Oh, wasser ist das? Oh, wasser ist das? Oh, wow! Fuck you, Butters. I've got you now, Goosebag. Oh, yeah? YAH! You, Swine Shagger. Hey, Goosebag, how'd you like to flame a dog too? Oh, damn it! That was a smashing success. I'm just a humble boss. Surely my music is no match for a hero like you. No problem. Alles gut. Wenn meine Maus funktionieren würde, ist alles okay. Wow, what is Rippicordian? Okay. Deiner ist schon mal tot. Das freut mich. Sehr. Deiner hat ein Schild. Das war er hier. Das machen wir mal zunichte. Danke. Dann gibt es mal ein bisschen TP zurück. Und macht uns ein bisschen stärker. Oh, y'all. I had a nice lance that she set, that she set apart. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a Rippicordian. The one reflektiert. Das ist auch schön. Okay, ich greife den an, der reflektiert. Und Jimmy greife den an, das kann man auch nicht machen. Ich bin tot. Oh nein, der Leicht! Wir sind weg! Okay, wir schaffen Watters noch. Okay, Watters haut ab. Gut. Ja, dann... Gut gearbeitet! Deucebag! Lassen die Katapulte! Lassen unsere Leute in die Frontdecke! Alle fallen in! Okay. Ich weiß noch mal. Geh dich im Klassenzimmer der vierten Klasse. Ja. Guten Tag Kyle. Es tut mir so leid Kyle, aber es muss sein. Ach nee, das ist nicht Kyle, das ist Battus. Stimmt. Haha. Okay, ich mache erst mal seine Verteidigung runter. Das geht nicht schon mal einfach, dann hole ich mir ein bisschen TP zurück. Dann stärken wir den Angriff. Da war eine Frau von Sto-Stone-Stone-Stone-Stone-Stone-Stone-Stone-Stone-Berry. Sie nicht viel zu sprechen, aber sie hat sie... Sie hat sie... Sie hat eine schöne Lange, die sie hat... Sie hat sie... Die Frau von Sto-Berry, die auch deine Mutter. Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich ihn betäuben kann, ich will es gar nicht probieren. Ich weiß nicht, ob ich ihn betäuben kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn betäuben kann. Aber ich habe nichts bekommen. Ich weiß nicht, ob ich ihn bekomme. Aber ich habe nichts bekommen. Immerhin. Boah, ernsthaft? Gut. Gut, dann bringe ich dich halt nochmal zum Brennen. Ich habe auch kein Problem damit. Das ist nicht ihm undgegen angewidert. Okay. Das muss mich nicht entschichtigt, ich brauche dich nur. Das wird dir jetzt auch nichts mehr bringen. Das wird mir in meinem Besten-Pohnen. Der Hütte ist wirklich bei dir, dann ist es zu schwer. Das ist aber der Gestürmer. Schwer, was macht das denn? Versuchen. Ich will jetzt 2 MP, wenn du in der Nahkommission hast. Oh, gut. Ich spiele. Shadow of the... Okay. Shadow of the Cyclops. Es ist eine Einspielung von Shadow of the Colossus. Wer hätte es gedacht? Elf Master ist eine Einspielung zu Orks Master. Okay, gut. Ähm. Ich würde sagen, das war es dann. Wir hatten jetzt das letzte Bosskampf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.